ja was ist das eigentlich für ein Spruch hier da ihr könnt euch mal ins Knie fegern was soll das hier da wie soll das gehen ich hab keine Ahnung wie das gehen soll entweder brauchst du hier das Knie ob am Bauch oder was weiß ich wo hier oder hier so ein Gerät hier du so ein Elefantenrüssel da geht es vielleicht hier du ich weiß es nicht hier was blöde Sprüche du wie kommt denn sowas in die Welt in die Weltgeschichte hier du das hältst du im Kopf nicht aus hier wer tut denn so blöde Sprüche da kannst du hier mal ins Knie fegern könnt ihr euch mal ins Knie fegern da brauchst du hier wirklich da so ein Ding hier wie ein Elefant hier da drüsselt da hier da komm ich mit meine zwei eineinhalb Zentimeter komm ich da nicht weiter ja 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 und ja weiss du sie sind immer so dumme Sprüchte oder so wenn du haren Bus bis U-Bahn da 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 das könnte man wieder regnen wir hatten ja noch regent, regent einen Tag hier, eine Stunde, ach hier, was ist sauwe das, regent und regent und regent, ja, und scheint die Sonne, ach was ist, was ist, hier laufen die hier, sie schalten da aus, der Bode ist so trocken hier, und bla bla hier, da, und hier im Busfahrer weiß gar nicht, was er eintippt, soll man den Fahrschein trocken, so, ach hier, nur noch verrückt hier auf der Welt, hier, das hältst du im Kopf nicht aus, hier, da kannst du wirklich hier nur noch jeden Tag einen Schluck, hier, die Flasche an den Hals setzen, hier, das, pff, der Wahnsinn, was da alles so Sachen gibt, hier, hin und her geht's laufend, hier, ach hier, aber so blöde Sprüche hier, wie, konntest du immer mal ins Kniefigge, hier, kinder, mal ins Kniefigge, hier, pff, geht doch gar nicht, hier, geht doch gar nicht, hier, geht doch gar nicht, was ein Blödsinn, hier, geht doch gar nicht, also hier macht's immer gut, Leute, hier, bis dann, hier, ciao, ach hier, was Brösch, hier, da,